hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten video auf diesem kanal heute wollte ich euch meinen club vorstellen und ja wir fangen mal hier an so heißt unser club ozean hunters club im moment sind wir zu zweit also meine freundin und ich wir besitzen discord und sind ein dressur und freizeitclub unsere club pferde sind einmal lipidsana für dressur und ein pony für ausgültige und spiele unser club outfit ist blau und ja unser wochenplanung ist einmal montag donnerstag und samstag sind einmal club treffen am montag haben wir haben wir aus ausgült ein ausgült und spiele mit club pferde und club outfit dann donnerstag dressur unterricht mit club outfit und club pferd und natürlich werden wir über das kurz reden bei samstag steht da nichts was wir machen weil ich ab da eine chat sperre bekommen habe aber das werde ich wenn ich wieder im shit schreiben kann bearbeiten genauso bearbeite ich noch die regeln weil ich da noch nichts geschrieben habe und so und ja wir würden uns sehr freuen wenn ihr reinkommen würdet wenn ihr reinkommen wollt schreibt mir in den kommentaren dass ihr rein wollt und am besten auch euer star sebel name das würde uns sehr freuen wenn ihr reinkommen würdet und ja wenn es wenn das video euch gefallen hat lasst gerne ein abo und ein like da und ja bis bald tschüss